Herzlich willkommen und hallo zu einer weiteren Ausgabe des Video-Podcasts von Urlaubslust24, wo es darum geht, detailliertere Informationen zu einzelnen Destinationen mit euch zu teilen und euch mal zu erzählen, was hat manches gekostet, wo gibt es das Schönste zu sehen, wie ist es allgemein so, eine Reise zu planen und ähnliches. Ganz konkret geht es aktuell um Fragen, die aus der Community gestellt wurden und hier ging es diesmal um die Frage, was hat eigentlich unser Florida Roadtrip aus dem Jahr 2022 gekostet und darauf wollen wir natürlich eingehen, deshalb möchte ich euch heute erzählen, ganz detailliert, ich habe auch extra hier meine Liste, die wir immer führen, wenn wir unterwegs sind, um die Kosten so ein bisschen festzuhalten, möchte ich euch ganz detailliert erklären, was hat was gekostet, wo waren wir da, wie sind wir da hingekommen, wo haben wir es vielleicht auch gebucht und ja, lasst uns einsteigen und natürlich freue ich mich schon, wenn ihr ein Abo da lasst, ein paar Kommentare schreibt, ich versuche auch nach Möglichkeit alles zu beantworten oder dann wieder Videos daraus zu generieren und das Florida Roadtrip Video plus die Kreuzfahrt Videos, die es dort gibt und auch alle anderen Videos bei Urlaubsfluss24 freuen sich auch sehr, wenn ihr da mal reinschaut und euch an den Filmen erfreut. Aber jetzt erstmal los geht's mit Florida. Ja, wir haben uns entschieden, weil wir ein bisschen Zeit hatten, einen Roadtrip durch Florida zu unternehmen im Februar. Dazu muss gesagt sein, die Monate so zwischen November und März sind mit die teuersten, die man überhaupt in Florida buchen kann. Uns war das nicht so bewusst, wir hätten natürlich recherchieren können, haben wir einfach gedacht, okay, Flug in die USA im Februar bleibt eigentlich nur Kalifornien oder Florida, überall anders ist es ziemlich kalt und ziemlich ungewiss, also Florida. Nun macht aber irgendwie 70, 80 Prozent der US-Amerikaner und wahrscheinlich auch der Kanadier und vielleicht auch noch viele andere genau zu dieser Zeit dort Urlaub, das treibt die Preise natürlich fast ins Unermessliche. Nichtsdestotrotz haben wir halbwegs günstige Flüge erwischt. Wir sind geflogen mit Delta Airlines von Frankfurt am Main nach Fort Lauderdale über Atlanta Typisches Drehkreuz in den USA, man landet in der Regel immer in Atlanta, wenn man auf dieser Seite der USA bleibt, auf der Ostküstenseite. Und da schon mal zum Hinweis, Atlanta ist ein Wuseltrubel voller Flughafen, der größte, glaube ich, der USA und plant Zeit für den Zwischenstopp ein, bevor es dann weiter an eure Zieldestination geht, denn in den USA muss man die Einreiseprozedur am ersten Flughafen vornehmen, wo man Fuß auf die USA setzt, auf amerikanischen Boden setzt. Das heißt, ihr werdet beim Zwischenstopp-Flughafen die Einreiseprozedur vornehmen müssen. Und das kann schon mal zwei, drei Stunden dauern. In Atlanta hat es bei uns maximal drei Stunden gedauert. Wir waren auch schon mal nach einer halben Stunde durch, nur auf letzteres halbe Stunde würde ich mich nicht verlassen. Der Flug hat gekostet 1.358,70 Euro für beide zusammen, also knapp unter 700 Euro in der Economy Class, Delta Airlines wie gesagt, von Frankfurt nach Fort Lauderdale über Atlanta. Da haben wir uns dann eine erste Übernachtung gegönnt in Fort Lauderdale. Die hat uns 182 Euro gekostet, war relativ teuer. Das war schon so dieser erste Teaser für eine Nacht in einem Mittelklasse-Hotel. Das war schon etwas obskur. Egal, danach haben wir uns den Mietwagen gegönnt. Und den gab es bei Herz für unsere drei Wochen Roadtrip, dreieinhalb Wochen Roadtrip. Der hat uns 840 Euro gekostet. Und das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich das günstigste Angebot, was wir bekommen haben. Wir haben nicht bei Herz direkt gebucht, sondern diesmal, das erste Mal, über den ADAC. Ich bin noch zumindest ADAC-Mitglied und habe dann spaßeshalber auch da mal nach Mietwagenangeboten geschaut. Die bieten das eben auch an für Urlaubsreisen. Ja, und die haben tatsächlich alle anderen Anbieter dann geschlagen. Die Jahre davor, die wir schon häufig in den USA unterwegs gewesen sind, haben wir grundsätzlich über Alamo gebucht. US-amerikanischer Anbieter. Da gibt es über das sogenannte Corporate Benefits Portal von zum Beispiel Konzernen in der Regel 30% Rabatt für die Alamo Angebote. Ich habe bei der Deutschen Telekom gearbeitet, aktuell bin ich bei der Deutschen Post. Die haben dieses Corporate Benefits Programm. Auch andere Firmen, ich weiß, dass Bertelsmann es hat, dass SAP darauf Zugriff hat, bei Porsche kann man drauf schauen. Wenn man bei Bayer oder Thyssen arbeitet, geht das. Ich weiß nicht, wie das bei mittelständischen oder kleinen Unternehmen ist. Aber Corporate Benefits als Firma hat sich darauf spezialisiert, Großkundenangebote zu präsentieren. Also fragt einfach mal bei eurem Unternehmen nach, ob man sich da irgendwie anbinden kann oder ob man vielleicht sogar schon angebunden ist. Dann hat man einige Angebote und wie gesagt, in den letzten Jahren war Alamo durch die 30% Rabatt immer günstiger. 2022 war es das erste Mal so, dass als ADAC-Mitglied dieses ADAC-Herz-Angebot Alamo nochmal um 200-300 Euro geschlagen hatte. Heißt, wir haben in Fort Lauderdale dann unseren Mietwagen bei Herz in Empfang genommen. Es hat alles super funktioniert. Es war ein Mid-Size SUV, ganz typisch für die USA, wo man sich ja schon fast ein bisschen klein fühlt, wenn man ein normales Auto bietet. Und ja, damit ging es dann durch die Florida-Gegend. Genau, wir haben uns dann noch eine Weile in Fort Lauderdale aufgehalten und haben nochmal dort eine Unterkunft gebucht für dann drei Nächte im Oasis Fort Lauderdale. Das ist ein sehr, sehr interessantes, kleines, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Apartmentkomplex. Man kommt wie in so eine Gartenlandschaft rein und hat dann verschiedene Häuschen dort stehen, die sich um einen zentralen Platz gruppieren. Und in der Mitte gibt es dann Bänke, so Picknickbänke, wo man sich auch mit anderen Reisenden treffen kann. Wir haben nie welche gesehen, aber dort haben wir viele Punkte der Reise dann draußen geplant. Die Zimmer waren aber auch insgesamt komfortabel, es war eine Klimaanlage drin, also man konnte es dort gut aushalten. Und für die drei Nächte haben wir 190 Euro bezahlt, also etwas über 60 Euro die Nacht. Super fair, super, super fair. Zu Fuß haben wir Fort Lauderdale erkundet, sehr schönes Küstenstädtchen dort. Viele reiche Leute wohnen da, das kriegt man natürlich auch mit, indem viel Security und Polizei patrouilliert und es dadurch auch eine sehr sichere Umgebung ist. Zu Fuß kann man wunderbar an den Restaurants vorbei spazieren, man kann zur Uferpromenade gehen. Es ist sehr, sehr hübsch angelegt und wir haben uns dann auch noch für eine Bootsfahrt entschieden, wo man dann in Fort Lauderdale auf dem River entlang geführt wird, an den Millionärsvillen. Man bekommt Kreuzfahrtschiffe zu sehen, die noch im Bau sind und dort liegen. Wir haben dort die Wonder of the Seas gesehen, die ganz kurz vor ihrer Jungfernfahrt stand. Ja, und diese Bootsfahrt, die sich wirklich gelohnt hat, die hat zusammen 52 Euro gekostet, 26 pro Person. Es war allerdings echt schön. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht, weil man tukert einfach so über einen flussähnlichen Seitenarm des Meeres und schaut sich ein paar Häuschen an, aber diese Häuser kriegt man eben sonst nicht zu sehen. Und das Schöne gerade an diesen Villen ist, selbstverständlich baut man seinen Garten und seine Freizeitfläche zum Wasser hin. Das heißt, fährt man mit dem Auto an dem Haus vorbei, hat man eine tolle Fassade, die man sieht, aber mit dem Boot kriegt man auch wirklich was vom Leben der oberen 10.000 mit. Und dieser Einblick, so ein bisschen spannend, war spannend. Wir haben auch was gegessen dort, aber das war relativ entspannt. Wir haben bei Subway gegessen, kennt man ja auch aus Deutschland, wir haben 22 Euro ausgegeben für zwei Subs und Getränke. Getränke auch in Fastfoodläden, natürlich Fountain Drinks, wenn man so Cola, Fanta, Sprite etc. nimmt. Das heißt, Unlimited Refill, du kannst dir so oft was nachholen, wie du möchtest. Für jemanden wie mich, der sehr viel trinkt, gutes Angebot. Also kann ich meinen Essenspreis ein bisschen reduzieren, indem ich zwei, dreimal nachfülle. Für Mandy nicht ganz so effektiv, weil sie eben eigentlich mit dem einen Getränk dann gut klarkommt. Genau. Von Fort Lauderdale haben wir ein bisschen schon einen Schlenker gemacht nach oben und sind zu meinem Lieblingsspot gefahren. Also das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich wollte unbedingt mal hin, weil es mich wahnsinnig interessiert hat, schon seit ich Kind bin. Wir sind nach Cape Canaveral gefahren. Auch dort haben wir übernachtet. Die Übernachtung in einem Airbnb bei Cape Canaveral hat 133 Euro gekostet, also wieder nicht geschenkt. Und gegessen haben wir dann auch noch in der Sawgrass Mills, in einem Shopping Mall, Shopping Center, da haben wir mehrmals gegessen. Deswegen 95 Euro insgesamt. Haben uns auch mal für 20 Euro bei Uber Eats Essen liefern lassen. Aber auf jeden Fall war das unsere Fahrt zu Cape Canaveral. Dort haben wir übernachtet und tatsächlich schon einiges an Geld gelassen. Wie gesagt, Cape Canaveral hat ja natürlich Gründe. Besuch des Space Center. Und das Space Center ist natürlich ein besonderes Ding. Dort stehen echte Raketen aus den amerikanischen Weltraumflügen. Dort stehen Space Shuttles. Dort kann man an virtuellen 3D-Kinoerlebnissen teilnehmen. Und keine Ahnung, ob das für euch auch so spannend, interessant wäre, aber dieses hautnahe, echte Abzeichen sehen, die oben im Weltall waren. Die Geschichten der verschiedenen Crews zu sehen. Auch natürlich derer, die verunglückt sind. Und da gibt es eine eigene Gedenkhalle noch. Wirklich, wirklich spannend. Und das Parken am Space Center hat 8,85 Euro gekostet. Wir haben 26 Euro dort drinnen für Essen ausgegeben. Und der Eintritt ins Kennedy Space Center ist natürlich nicht ganz geschenkt gewesen. Hat uns pro Person 52 Euro gekostet. Aber, wie gesagt, mir war es das auf jeden Fall wert. Und man kann dort auch den ganzen Tag verbringen. Man bekommt ja auch eine Bustour durch das riesige Gelände. Also diese Bustour sollte man auf jeden Fall mitmachen, weil man dazu noch in weitere Hallen kommt, wo dann eben Raketen stehen. Man kann sich dort mit Souvenirs eindecken bis zum Geht nicht mehr. Ich habe ein T-Shirt gekauft. Mandy hat mir einen Stift gekauft, der überall schreibt. Also im strömenden Regen, im Eis, bei Minusgraden, angeblich in der Schwerelosigkeit, was ich vermutlich niemals probieren kann. Aber ganz abgefahrene Sachen für Kinder, für Erwachsene, wirklich Kennedy Space Center ist mein Top-Tipp für den Florida Roadtrip, auch wenn wir gerade erst angefangen haben hier mit dem Video. War aber nun mal das Erste, wo wir hingefahren sind. War dann auch schwer zu toppen. Aber ich konnte auch davon zehren. Also es war wirklich, wirklich cool. Wir haben uns dann Daytona Beach angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Daytona ist dieser berühmte Strandabschnitt, den man auch befahren darf. Und dort ist es Daytona 500, eines der berühmtesten Autorennen der USA. Und dort finden auch dann im April, Mai ungefähr die legendären Spring Break Partys der amerikanischen College Kids statt. Und ich war nie da, aber ich habe mir sagen lassen, das, was man so in Serien, in Filmen sieht, in Dokumentationen, das sei schon ziemlich nah an der Realität. Also wenn ihr mal völlig abgefahrene Zeit mit extrem überfülltem Strand und alkoholisierten Jugendlichen erleben wollt, scheint wohl Daytona im Frühling zu den Semesterferien dort im College ein heißer Tipp zu sein. Wir haben übernachtet in Daytona im A1A für 66,45 und einfach nur die Strandpromenade genossen. Dort gibt es ja auch so Arcade-Game-Hallen, wo man ein bisschen zocken kann. Es gibt natürlich viele Restaurants, es gibt ein paar Fotomotive, das Meer ist dort. Auch im Februar ist es ja da erträglich. Wobei es gar nicht so warm war, wie wir uns anfangs erhofft hatten. Also je weiter man oben nach Norden kam, umso kühler wurde das Wetter auch. Von Daytona haben wir kurz, aber wirklich nur kurz, leider, einen Abstecher gemacht. Das heißt, ihr seht daran auch, wir sind viel gefahren. Nach Georgia, nach Savannah. Ich war schon mal in Savannah. Diese Stadt ist wunderschön. Und das wollte ich Mandy nicht vorenthalten. So haben wir ein herausragend schönes Airbnb gebucht. Haben uns die Stadt angeguckt, den alten Teil mit den Raddampfern im Wasser am River dort. Haben dort gegessen an der Riverfront. Sind ein bisschen durch die Shops spaziert. Haben dieses Flair schon aufgenommen von Straßenmusikanten. Kunstgeschäften mit Popart-Kunst und so. Haben Hunde Bäckereien gesehen. Also Bäckereien für Hunde, Kekse, nicht für Hunde. Und haben uns dann schon gefreut, auf einen zweiten Tag in Savannah das alles nochmal zu erkunden. Noch ein bisschen mehr zu sehen. Nur leider hat uns da das Airbnb, das wirklich wunderschön war, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil ab 1.30 Uhr ungefähr ein Alarm in der Wohnung losging, der sich nicht abstellen ließ. Und der Vermieter war nicht erreichbar. Airbnb-Hotline konnte auch nicht helfen. Hat den Vermieter auch nicht erreicht. Und so gegen 3 Uhr, nachdem wir schon halb taub waren, haben wir mit Airbnb vereinbart. Wir checken aus, weil es hat ja keinen Sinn. Wir kommen absolut null in den Schlaf. Wir bekommen eine Rückerstattung. Nur für uns war dann die Frage, was nun? Weil 3 Uhr nachts in Savannah, für Georgia schlechtes Wetter angesagt, in den Folgetagen. Also eigentlich nicht lohnenswert dort zu bleiben. Was macht man da? Naja, wir haben total schräg gesagt, wir ballern wieder nach unten. Das heißt, wir sind von Savannah wieder Richtung Fort Lauderdale, Miami gefahren, um noch wieder was von, um quasi einen Roadtrip neu zu starten. Was für uns bedeutet hat, ich bin die Nacht komplett durchgefahren. Wir haben irgendwann um 6, 7, 7.30 Uhr an einem Strandparkplatz Halt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Ort, aber ich hoffe, ich finde ein Foto und blende es euch gerade ein. Haben uns dafür ein, zwei Stündchen im Auto aufs Ohr gelegt und sind dann weitergefahren wieder Richtung Miami. Und ja, haben dann da tatsächlich erstmal uns erholt vom Savannah-Stress und uns eine dann doch recht kostspielige Miami-Unterkunft genommen. 162 Euro hat die gekostet, aber nur damit wir halt mal ausschlafen konnten. Miami selber kannten wir schon von einer anderen Reise, war jetzt nicht so ultra wichtig reinzufahren. Aber nach diesem Erlebnis, das man natürlich zum Erzählen dann nutzen kann, aber was live nicht ganz so cool ist, brauchten wir ein bisschen Erholung, ein bisschen Entspannung. Und dann haben wir uns eben überlegt, was nun? Ja, und die Entscheidung fiel dann, so ein bisschen in eine andere Richtung zu fahren. Das heißt, wir sind dann von Miami hochgefahren, erstmal nach Fort Myers, um zu sagen, wir fahren jetzt hoch und arbeiten uns dann langsam wieder runter. Also ich mag es gerne, eine lange Fahrt zu machen und dann den Rückweg entspannt anzugehen. Ja, Fort Myers, relativ entspannt, haben wir ein fluffiges Eis für, sehe ich gerade, 9,68 Euro gegessen. Also zwei Personen ist ja easy, haben für 32 Euro dort Mittagessen uns geleistet. Und in Fort Myers haben wir auch übernachtet dann. 680 Euro hat uns das gekostet, allerdings für vier Nächte. Das heißt, da haben wir dann ein bisschen Station gemacht, um uns sowohl Fort Myers ordentlich anzugucken, dort die Strandpromenade anzuschauen, als auch von dort nach Venice zu fahren und am Strand dort auch nach Muscheln zu suchen oder nach Cent-Dollars, die man da finden konnte. Da waren auch viele Leute unterwegs mit sieben, die kann man sich überall ausleihen dann. Also haben wir einige Zeit verbracht. Die Orte sind auch selber extrem sehenswert, also man kann dort schon einiges an Zeit verbringen. Auch in Venice waren wir natürlich was essen, da haben wir 58 Euro für bezahlt. Wir haben uns auch für 23 Euro mal von Uber Eats Essen in die Unterkunft kommen lassen. In Summe kann ich euch beide Orte, Fort Myers und Venice, nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Strandorte mögt. Also gechillte Atmosphäre mit vielen, vielen Bars und Restaurants, mit Souvenirläden, aber auch mit Läden von Einheimischen. Die Amerikaner haben sehr, sehr viele so Antiquitätenläden, wo Schilder verkauft werden, Möbel verkauft werden. Natürlich nicht alles zum Mitnehmen, aber allein das Flair und sich mal mit den Leuten zu unterhalten, gar nicht schlecht. Amerikaner sind auch sehr, sehr erpicht darauf, weil sie eben sehr offen und sehr freundlich sind. Auch wenn das manchmal oberflächlich ist, aber sie sind sehr erpicht darauf, Gespräche zu führen. Sie wollen wissen, wo du herkommst, was du machst, was du schon gesehen hast, wie lange du bleibst. Und wollen auch ein bisschen von ihrer Geschichte erzählen. Also manchmal auch ein bisschen Zeit mitbringen, gerade wenn ihr Englisch sprecht, freuen sich viele dort wirklich an Keks, dass man sich mit ihnen unterhält. Und warum auch nicht? Ich meine, man ist ja auch im Urlaub, um ein bisschen in die Kultur einzutauen und bei einem Roadtrip insbesondere. Nach Fort Myers und Van Nuys hat es uns dann nach Tampa verschlagen. Der Stadt, der Tom Brady neuen Glanz verliehen hat mit seinem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers. Jetzt ist die Karriere ja vorbei, aber da war Tampa dann auch überregional mal wieder ein bisschen in den Schlagzeilen. Und wer sich für Football, Sport allgemein interessiert, hat vielleicht hier in München letztes Jahr das Munich Game im American Football mitbekommen und die Stimmung, die es da gab. Da hat Tom Brady gespielt mit den Tampa Bay Buccaneers. Und es war schon ziemlich beeindruckend. Leider hatte ich kein Ticket. Aber in Tampa haben wir auch wieder ein paar Tage übernachtet in einem wunderschönen Airbnb wiederum. Auch wieder ähnlich gestaltet ein Doppelhaus mit einem riesigen Garten, der dann aber zentral für beide Hauseinheiten war. Gesehen haben wir trotzdem wieder mal niemanden. Und mit Waschmaschine, mit Wohnzimmer, mit Schlafzimmer, gerade Waschmaschine auf einem Roadtrip natürlich auch immer viel, viel wert. Und bezahlt haben wir dort 360,89 für drei Nächte, also 120 die Nacht. Fairer Preis für den Februar. In Tampa haben wir prinzipiell auch eher so einen Entspannungspart gemacht. Also Wäsche gewaschen und ein bisschen gelesen. Und ich bin abends dann noch zum Basketball gefahren. Es war so College-Basketball-Finalrundenturnier. Hat Mandy nicht so interessiert. Sie ist dann in der Wohnung geblieben und für sich ein paar Sachen gemacht. Ich kann hier einblenden. Beim Basketball, wie gesagt, bei den College-Meisterschaften ja auch oft sehr, sehr viel Brimborium. Und tolle Halle dort. Der Eintritt war quasi 10 Euro. Und die Halle war noch leer, weil es die Vorrunde war. Ich wusste das nicht und habe ein Reselling-Ticket für 25 Euro gekauft. Also ja, oft sind Veranstaltungen in den USA überteuert und ausverkauft. Aber vielleicht dann doch manchmal erst auf der offiziellen Seite gucken, bevor man ein Reselling-Portal besucht und ein viel zu teures Ticket kauft. Aber egal. Naja, zumindest war freie Platzwahl. Ich habe mich gut unterhalten und es hat Spaß gemacht. Was wir in Tampa unternommen haben und was wirklich, wirklich schön war, wir haben den Busch Gardens Park besucht. Busch Gardens ist eine Kombination aus Freizeitpark und Zoo. Aber Zoo auch in Form von Safari Park, wo also Giraffen eine riesige Fläche haben und dann da so ein Ranger-Bus durchfahren kann. Das kann man extra buchen, kostet gutes Geld, wo man die Giraffen sogar füttern darf aus dem Jeep heraus. Und es fährt dann eben aber auch ein Zug durch den Park, der ist inkludiert im Eintrittspreis. Den haben wir genutzt. Da sieht man auch sehr, sehr viel von den Tieren, von den Gehegen. Und das Tolle ist eben, eigentlich kommt man nur mit dem Zug auch wirklich nah ran mal an die großen Außenflächen. Was ja zeigt, die Tiere haben sehr, sehr viel Platz. Und es ist so ein bisschen getrennt. Man hat den Freizeitpark, Achterbahn fahren, wo man die Tiere natürlich von oben dann auch sieht. Aber die rauschen jetzt nicht irgendwie durchs Gehege. Das wäre so grenzwertig zur Tierquälerei. Sondern wirklich Freizeitpark links, Gehege mehr rechts, sage ich jetzt mal. Und man kann es getrennt voneinander besuchen. Busch Gardens hat typisch für die amerikanischen Freizeitparks 202 Euro gekostet. Also 101 Euro pro Person. Das ist happig. Das weiß ich gerade, wenn man mit Kindern verreist, geht das ja noch mehr ins Geld. Auch wenn es, glaube ich, Familientickets gibt. Und man könnte sich natürlich fragen, was soll ich in Tampa bei Busch Gardens, wenn ich auch in Orlando viel mehr unternehmen könnte, wenn ich sowieso Freizeitparks mag. Denn unter anderem gehört ja zu den Disney-Freizeitparks der Animal Planet, das Animal Kingdom, Animal Planet ist das Fernsehsender, Animal Kingdom, was auch genau diese Kombination hat aus Freizeitpark und Zoo. Muss jeder für sich selbst beurteilen. Orlando ist nicht so weit weg von Tampa. Zwei, drei Stunden Autofahrt. Man könnte es also machen. Wir waren in Tampa. Wir haben quasi auf diesen Freizeitpark geschaut und uns hat er wirklich gut gefallen. Dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, er ist besser als Animal Kingdom. Da war ich nämlich noch nicht. Aber ich würde auch nicht sagen, dass der wahrscheinlich riesig viel schlechter ist. Es gab wahnsinnig viel zu entdecken. Also, wenn ihr dort seid, Busch Gardens. Durchaus empfehlenswert. Hier ja natürlich auch ein paar Bilder und Co. Dann haben wir auch noch eine sehr, sehr schöne Unterkunft nach Tampa erwischt auf Pine Island. Das war ein Airbnb. Das habe ich im Video auch, im Florida Roadtrip Video auch sehr detailliert vorgestellt. Das war wirklich schön. Es hatte zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer logischerweise, eine große Küche mit Essbereich, ein Wohnzimmer. Es hatte noch so ein Zwischenzimmer, wo sogar ein Gaming, so ein Spielautomat war, wo man ein bisschen zocken konnte. Ich glaube, Billard oder Kicker stand auch noch drin. Müsstet ihr in dem Video mal nachschauen. Ich verlinke euch das ja sowieso, weil es ja auch darum geht, um dieses Video. Und das hatte noch den Charme dort in Pine Island, in dieser ganzen Gegend. Da sind Kanäle ohne Ende. Und jedes Haus hat eigentlich einen Kanalanschluss. Das heißt, man ist rausgegangen, war auf einer Terrasse und konnte von oben zum Beispiel Schildkröten beobachten, die da rumschwommen. Und man sagt, auch Manatees kommen häufiger mal vorbei. Die waren jetzt bei unserer Zeit dort nicht da. Aber ich kann nur sagen, diese Unterkunft war, glaube ich, das Zuckerl des Roadtrips. Hat 464,11 Euro gekostet für, ich glaube, drei. Es können aber auch vier Nächte gewesen sein. Das haben wir leider nicht notiert. Wenn es wirklich von Interesse ist, ich kann es bei Airbnb nochmal nachschauen. Aber eine blöde Sache, ich wurde auch schon gefragt, Mensch, die sieht ja super cool aus, möchte ich auch mal buchen. Gib mir mal den Link, den habe ich dann verschickt. Da war es nicht buchbar. Ich weiß nicht, ob es dann demnächst mal wieder gelistet ist. Da haben eben auch die Besitzer als Ferienwohnung drin gewohnt. Ich kann den Link gerne mal reinhauen. Weiß aber eben nicht, ob es buchbar ist. Trotzdem super, super schön. Dann haben wir mal wieder eingekauft bei Walmart für 70 Euro, waren Essen im Blue Dog. Das ist ein Restaurant dort auf Pine Islands. Das hat 47 Euro gekostet. Und nach der Auszeit dort haben wir uns zu den Everglades aufgemacht. Das nächste große Highlight für uns auf der Reise. Wir sind eben schon große Fans der Nationalparks, auch der USA. Einfach weil da außerhalb der Städte nochmal was ganz anderes zu entdecken ist. Und gerade in den USA mit den Nationalparks und diesem Gedankengut des schützenswerten Erlebnisses dort. Klasse Sache. Wir haben in Everglades City übernachtet, in einem Motel. Everglades City ist eine Stadt, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, obwohl sie sehr klein ist, sehr unscheinbar ist. Aber irgendwie so einen uramerikanischen Charme verströmt mit der Art, wie die Häuser gebaut sind, wie die Menschen dort unterwegs sind. Wir haben 514 Euro für vier Nächte dort bezahlt. In einem Motel. Sehr teuer für ein Motel. Aber es war sauber. Fernseher hat funktioniert. Klimaanlage hat funktioniert. Und es war zentral für die Unternehmungen, die wir im Everglades vornehmen wollten. Everglades hat nämlich drei verschiedene Visitor Center. Das solltet ihr wissen. Da kann man verschiedene Sachen unternehmen. Bei dem einen kann man zu Fuß über eine Plattform laufen und ist dann da bei den Alligatoren und Ähnlichem. Die kreuchen da wirklich rum. Schöne Sache. Bei dem anderen kann man eine Fahrradtour unternehmen, die dann so im Halbkreis verläuft. Und auch dort können Alligatoren im Weg liegen. Auch das seht ihr im Video. Wir mussten wirklich einen halben Meter am Schwanz vorbeifahren, weil der Alligator sich auf dem Fahrradweg breitgemacht hat. Aber sie tun ja nichts. Vermeintlich. Und wir haben es geschafft. Und bei dem dritten, da kann man eine Bootstour in die Everglades unternehmen. Aber nicht das, was ihr kennt mit diesen Propellerbooten, die höllisch laut sind. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber da hat uns der Guide erklärt, diese Boote dürfen gar nicht in den Bereich des Everglades-Nationalparks. Die fahren zwar auch im Everglades-Bereich, aber nicht jeder Sumpfbereich in Florida ist gleich der Everglades-Nationalpark. Die Boote des Nationalpark-Service, die dürfen rein. Und da geht es dann Richtung Mangrovenwälder. Man versucht auch dort Manatees zu sehen. Man versucht Tiere nicht aufzuschrecken, Abstand zu halten. Also diese Bootstour hat sich auch gelohnt. Hat zu zweit 85,88 Euro gekostet. Und die geht eben von Everglades-City, beziehungsweise fünf Minuten davon entfernt mit dem Auto, los. Und ist das dritte Visitor-Center. Ein sehr kleines. Da ist auch wirklich nur die Bootstour. Also wenn ihr nicht Boot fahren wollt, lohnt sich nicht. Dann sieht man einfach, also man hat den Blick auf die Mangrovenwälder. Aber man muss halt relativ weit fahren, um drin zu sein. Aber wenn ihr die Bootstour unternehmen wollt, ist auch dieses Visitor-Center sinnvoll. Fahrräder kann man übrigens mieten für das andere Visitor-Center, wo es eben die Fahrräder gibt. Ich versuche euch auch einzublenden, welches welches ist. Und die Fahrräder kosteten, ich weiß nicht, 10, 11, 12 Euro am Tag. Sehr fairer Preis. Was wichtig ist, bei uns war zumindest Vorbestellung nicht möglich. Und dann wird empfohlen, sehr, sehr früh da zu sein. Weil es gibt eben nur eine begrenzte Anzahl an Fahrrädern. Und wenn die dann um 8, 9 Uhr aufmachen, dann sollte man schon eins schnappen. Wir haben eins gekriegt. Also zwei bekommen. Hat gut geklappt. Im Sommer hat uns das alles 89 Euro gekostet. Also der Eintritt in den Nationalpark, die Bikes und alles, was so drumherum war, wenn wir noch was gegessen haben oder auch dort Getränke gekauft haben. Eintritt in den Nationalparks ist ja immer sehr individuell in den USA. Man kann für jeden Nationalpark einzeln zahlen. Dann zahlt man pro Auto. Also man zahlt nicht pro Person, sondern beispielsweise pro Auto. Und darf dann sieben Tage lang am Stück in den Park. Da kann man so dieses Eintrittsticket behalten. Und hat dann da freie Fahrt für sieben Tage. Es gibt eine Alternative, wenn ihr viele Nationalparks besucht. Das ist zwar eher für die Westküste relevant, weil dort ja Park an Park an Park an Park ist. Yosemite, Arches, Bryce Canyon, Sequoia. Es gibt da unzählige Parks, die, sagen wir mal, im Zuge einer Drei-Wochen-Reise zu besuchen sind. Da wird sich die Jahreskarte lohnen. Die lohnt sich nämlich beim Besuch von zweieinhalb Mal in den Parks. Also drei Parks. Kann ich euch nur ans Herz legen. Und auch die gilt pro Auto. Das heißt, da kostet es einmal 100 Euro. Man kommt in alle Parks, die in der Umgebung sind. Muss nichts mehr extra kosten. Hat 100 Euro gekostet. Ich kann noch mal nachgucken, was sie jetzt kostet. Danach waren wir wieder in Miami. Das heißt, der Roadtrip hat so langsam dann auch sein Ende gefunden. Und wir haben noch mal gegessen. Also bei Chipotle gegessen für 16,15 Euro. Bei Johnny Rockets in Miami gegessen für 42,50 Euro. Johnny Rockets, so eine coole 60s Bar. Allerdings relativ teuer. Deswegen 42,50 Euro. Das war kein großes Essen. Es war klein. Und wir haben 335 Euro noch mal gezahlt für zwei Nächte in Miami. Und was wir uns dann noch angeschaut haben, war zum einen Key Lago. Ihr wisst ja, möglicherweise von Miami kommt man sehr gut auf die Florida Keys. Die Inselgruppe vor Florida, die dann sehr, sehr nah an Kuba ran ist. Also Key West am Ende ist super nah an Kuba. Lohnt sich komplett, wenn man den Roadtrip anders plant als wir. Also hätte man sich das ganze Savannah und Co gespart, weil man geahnt hätte, es geht schief. Hätte man auch super noch die Florida Keys mitnehmen können. Übernachtung auf Key West ist unfassbar teuer, aber ein Trip dorthin lohnt sich schon wegen des Flares. Hemingway hat dort gewohnt und es ist eher so ein karibisches, kubanisches Flair. Wir sind allerdings diesmal nur nach Key Lago gefahren, einfach um dort was zu essen. Und diesen Teil der Florida Keys zu erkunden, hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Also der Strandabschnitt dort war eher schmutzig. Das Restaurant in Key Lago war nice, aber 70 Euro für einen Burger, Pommes und was zu trinken, man lässt sich die Aussicht dann da bezahlen unter Palmen und Co. Das war jetzt vielleicht nicht das Highlight. Und am Ende hatten wir noch Glück in Miami. Miami, wir haben den St. Patrick's Day miterlebt, also kurz vor unserem Abflug. Und da haben wir nochmal ein bisschen Spaß gehabt bei dem irischen Nationalfeiertag. Allerdings muss man sagen, Miami bietet sich dafür jetzt nicht besonders an. Wenn ihr den St. Patrick's Day zelebrieren wollt, dann müsst ihr schon nach Boston oder New York. Dort wird er wirklich zelebriert. Da wird der Fluss grün gefärbt. Da gibt es grünes Bier. In Miami gab es zwei Partys. Wir waren auf beiden. Die eine war wie ein Clubabend, nur dass die Leute ein bisschen irische Sachen anhatten. Die andere Party war wie ein Rockkonzert. Auch da das Einzige, was auf St. Patrick's Day hingewiesen hat, war eben, dass die Leute teilweise ein bisschen grün angemalt waren. Aber sonst lief normale Musik und es gab auch kein grünes Bier. Aber es war trotzdem witzig, das mal zu erleben, weil der wird ja bei uns ausnahmslos in den Irish Pubs gefeiert und sonst nirgends. Und dann haben wir uns noch, und das kann ich euch nochmal wärmstens ans Herz legen, wir haben uns noch die Calle Ocho angeguckt, also Havana District von Miami. Der Ort, wo die kubanischen Einwanderer ihre Heimat gefunden haben. Und das hatte dann doch nochmal richtig Flair. Da haben wir fast den ganzen Tag verbracht, beim Spazierengehen über die Calle Ocho, haben viele Fotos gemacht, haben uns die Schuhläden angeguckt, die Bekleidungsläden, wo alles noch handgearbeitet wird, haben die Kubaner beim Spielen, also Gesellschaftsspiele oder Schachspiele und Ähnliches, auf der Straße beobachtet, haben das Spanisch in uns aufgesogen, bei den Restaurants reingeschaut. Also die Calle Ocho ist tatsächlich, auch wenn es sowieso touristisch empfohlen wird, sie ist auch wirklich noch viel wert, um einzutauchen in eine andere Kultur, in ein anderes Flair, ist nochmal eine ganz andere Welt. Absolute Empfehlung von uns. Ja, und dann sind wir final nochmal kurz nach Miami Beach rübergefahren. Das kennt ihr ja, ne, mit dem Muscle Beach, also auch dort, nicht Venice Beach L.A., aber der Muscle Beach von Miami ist Miami Beach. Da sind auch die ganzen Bodybuilder am Strand. Dort sind diese ganzen Art-Deko-Häuser, die insbesondere nachts besonders cool beleuchtet sind und wo man mal einen schönen Cocktail trinken kann. Und leider bin ich dort in eine brennende Zigarette getreten am Strand. Da war natürlich der Urlaub quasi am vorletzten Tag schon vorbei, weil dann war laufend Feierabend, ich konnte nur noch humpeln. Nichtsdestotrotz kann ich euch auch Miami Beach sehr empfehlen. Auch die City von Miami Beach zum Flanieren und Shoppen sehr, sehr angenehm. Übernachten in der Regel sehr teuer, weil nahezu jeder setzt Miami Beach mit Miami gleich. Es sind zwei unterschiedliche Städte, aber deswegen konzentriert sich super viel auf Miami Beach mit dem wunderschönen Strand, der wunderschönen Promenade, dem tollen Stadtzentrum. Gratis Busse, die dort übrigens von links nach rechts fahren. Es gibt ja South Beach und North Beach. Also Miami Beach auch zu empfehlen. Und am letzten Tag waren wir dann noch am Strand von Hollywood, Florida. Da haben wir eine Cabana genommen und haben für Cabana und Parken 62,56 Euro bezahlt. Hollywood, Florida ist auch ein Strandort, ebenso mit Promenade und Co. Aufgrund der Fußverletzung haben wir uns da nicht mehr so wahnsinnig viel bewegt, sondern eben die Cabana benutzt. Es war auch sehr, sehr windig an dem Tag. Nichtsdestotrotz ein schöner Abschluss des Urlaubs. Und im Großen und Ganzen war das unsere Roadtrip-Route. Und in dem Fall, auf dem Video kommt das wahrscheinlich nicht so rüber, also auf dem echten großen Florida Movie-Video, das ich nochmal verlinkt habe, schon eine etwas wirre Tour, die man so nicht empfehlen könnte. Also man würde, wenn man zwei oder drei Wochen in Florida hat, schon etwas besser planen, straighter fahren, vielleicht auch Orlando einbauen und dafür irgendwas anderes. Auf jeden Fall Georgia weglassen, weil das macht einem Florida Roadtrip eigentlich keinen Sinn. Wir waren das dritte Mal in Florida. Wir wollten halt nochmal was anderes sehen. Ja, im Großen und Ganzen war es das zu unserem Roadtrip Florida. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr anderes wissen wollt, auch zu Orlando oder Ähnlichem, wo wir ja auch schon mal waren, schreibt es in die Kommentare rein. Und ich versuche bestmöglich Antworten für euch zu finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, erzählt es euren Freunden. Schaut euch gerne auch die Filmvideos an. Da steckt super, super viel Herzblut drin. Daher freuen wir uns da immer über euren Support. Mich hat es wahnsinnig gefreut, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich werde mich bemühen, regelmäßig diese Videopodcasts einzustreuen, weil das auch mir nochmal so ein ganz tolles Gefühl gibt, in die vergangenen Reisen wieder einzutauchen und Erlebnisse zu rekapitulieren. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut bei Urlaubslust24, euer Daniel.